Musikalisch bei uns und viele Fans vermissen die Auftritte und Songs wie diesen von Vox Club. Tja, das Video wurde übrigens jeweils in den eigenen vier Wänden aufgenommen, dann zusammengeschnitten und ganz besondere eigene vier Wände hat gerade Beni Ahrens von der Band. Die sind nämlich auf dem Wasser, ein Hausboot. In Brandenburg ist sein neuer Rückzugsort. Hier wird geträumt, hier wird sich auch mal runtergefahren und hier wird auch Besuch empfangen, wie wir von Brisant, haben uns sehr gefreut. Der Plauer See in Brandenburg, ein tiefgefrorenes Winteridyll. Servus, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Auf meine Audrey, herzlich willkommen rein ins Warme mit euch. Schau mal, ich zeige euch mal was hier. Das ist quasi das Wohnzimmer. Hier ein bisschen Dusche, Sauna und Fahrräder. Da schlafe ich. Oder die Gäste. Ja, also vier Leute können dir locker unterkommen. Das ist eigentlich ein Haus. Du hast alles. Also du hast normalerweise fließend Wasser. Ich habe einen Boiler da. Das ist mein kleines Baby. Und es reicht mir, wenn ich sage, ich will mal eine Woche, fünf Tage runterkommen. Da komme ich hier drauf und es schaukelt, schunkelt. Im Sommer glitzert das Wasser. Total schön. Und ich bin innerhalb von Stunden erholt. An Auftritte in Biergärten oder gar Festzelten ist momentan nicht zu denken. Bis es damit weitergeht, tankt der Münchner Künstler neue Kraft in der Natur. Viele Nistplätze hier. Tatsächlich geht vielleicht auch mal die eine oder andere Sau dort baden. Als Wildschweine. Wildschweine. Genau. Meine eigenen kleinen vier Wände zu haben. Und das ist für mich Freiheit. Und dass ich sagen kann, ey, ich bin hier und komme runter. Vor vier Jahren hat er sich das Hausboot angeschafft, obwohl ihm viele Freunde abgeraten hatten. Heute ist er froh, dass er sich für das elf Meter lange und viereinhalb Meter breite Boot entschieden hat. Hier sammelt er Ideen für den Neustart der Band. Wir haben schon Ideen, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Und wir werden uns jetzt zusammensetzen eine Woche lang und mit Musikern zusammen dann unsere Idee feilen. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und gespannt sein. Wir sind es auch. Nach der Abkühlung in der Natur schnell für wohlige Wärme sorgen und dann ab auf die Couch. Wo kein Input, da kein Output. Irgendwann ist der Tank leer. Und wenn du da keinen Ort hast, wo du sagst, hey, du kommst runter, du bist nur bei dir. Du musst nicht gefallen. Du kannst bei dir sein. Du gehst ins Bett, wann du willst. Du schaust aus, wie du willst. Und das tut mir persönlich unglaublich gut. Freiheit genießen und Dinge tun, die man wirklich möchte, das ist Bini wichtig. Und immer wieder alles im Leben überdenken. Ich glaube, es ist immer gut oder wichtig, sogar mutig zu sein. Weil sonst würde man immer nur träumen. Ich träume wahnsinnig viel, aber ich bin auch jemand, der meinen Traum anpackt und sagt, weißt du was, ich mache das jetzt einfach. Und es kann auch sein, dass ich auf die Schnauze falle mit einem Traum. Dass ich sage, Gott sei Dank, was habe ich mir dabei gedacht. Aber ich habe was erlebt, ich habe was gemacht. Für mich wäre es so schlimm, später mal sagen zu müssen, ach, hätte ich doch nur, und das will ich auf keinen Fall erleben. Mal sehen, welche Richtung Kapitän Bini demnächst einschlägt. Sein Hausbootexperiment ist jedenfalls ein voller Erfolg. Wenn er es nicht selbst nutzt, vermietet er es. Welcher Fan kann schon behaupten, einmal im Bett seines Idols gelegen zu haben? Immer mehr любовn, welche Richtung kapitänisch entsteht, Wenn du之前 bist, dann schna curtain, bei der Verbrechen Frau der Freunde minute conflict sind. Man字 vorher ist, dann präsisch oder mit dem Steuer. angehen bei Vielen, die Zukunft überOWNigungen bett carbohydrate. Untertitelung des ZDF, 2020